Musik Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu The Journey. Ihr wisst, ihr verpasst nichts, es wird nichts geschnitten. Ihr habt in der letzten Folge den Sichtungslehrgang gesehen, wo wir noch nicht so gut waren. Aber wir stehen immerhin in der ersten Elf und müssen jetzt in diesem Spiel, das jetzt hier ansteht, zeigen, was wir drauf haben. Und das müssen wir tatsächlich tun. Wir müssen alles zeigen. Sichtungslehrgang Team 1 gegen Team 2 auf dem Trainingsplatz. Wir müssen jetzt hier was reißen, vielleicht ein Hörnchen machen. Hoffen wir doch. Da ist der Referee und es geht los und Walker und wir haben Anstoß. Auf geht's. Das Blöde ist, dass man nicht unten nur alleine steuern kann, sondern dass man das ganze Team steuern muss. Ah! Und schon wieder Fehlpass von Walker. Ramsey. Stanley. Abwehrüberlaufen auf den Außengeländers. Sehr schöne Grätsche von Stark. Einwurf für Team Orange. Cameron. Macht uns da nass. Ja, und macht das 1-0. Schönes Kopfballtor. Auf geht's. Alice. Alice. Sehr schöner Pass. Ah, und da kann Murdoch den Ball nicht kontrollieren. Gibt ein Wurf. Cameron. Cameron. Kellenus. Williams. Morrison. Williams. Wir haben uns im ersten Spiel schon nass gemacht. Ja, gibt's Freistoß. Für uns sogar. Starkton. Alice. Komm, nochmal so ein Flankenlauf. Ah, da ist die ausliegende Maße. Bradley. Höh. Sehr schön gemacht von Alice. Einwurf Bradley. Ja, gibt Freistoß. Da entscheidet er sich aber recht spät für. Muss ich doch mal sagen. Oh, Fehlpass. Oh, Williams. Und Tor 2-0. Habe ich noch, Kollege. Sie kann keinen Ball kontrollieren, der Kerl. Einwurf für uns. Edwards. Oh. Da kommen aber auch keine Bälle an, sag mal. Ja, das ist das. Geländers. Immer noch Geländers. Hast du, Alexander. Ansonsten hat Robert es gut. Nördergröße, ich darf er beitanken. Ich schaffe das aber nicht. Walker. Ja, geh doch da hin, du Penner! Oh, da läuft ein Ball. Da läuft ein Ball. Weißt du? Höhe! Meine Güte. Führen die 2-0 und uns gelingt hier gar nichts. Warum gehen die nicht zum Ball? Ich dachte, die Spielintelligenz wäre so, dass auch die Mitspieler zum Ball gehen. Und nicht nur du selber. Angetäuschter Einwurf geht jetzt auch dieses Jahr. Ist auch neu. Und das war's. Super. Nichts gerissen. Nichts geleistet. Wir waren 8er. Naja, immerhin. Immerhin 8er von 30. Was willst du da auch machen? So, wähl dein Spielstuhl. Übernimm das gesamte Team unter Steuern nur, Alexander und Historien noch intensiver zu erleben. Du kannst dies vor jeder Partie in der Mannschaftskabine erneut anpassen. Ja, wir werden natürlich mit Hunter spielen. Ist ja wohl klar. Jetzt habe ich gerade keinen Ton mehr. Und das war's. Das war's. Einige, ich habe sehr viel daran geteilt. Einige von euch sogar sehen, dass ihr das Spiel spielt. Jetzt, über die nächsten paar Tage, die scouts werden die Analyse veröffentlichen. Wie auch ich. Einige von euch vielleicht sind genug Glück, um ein Pro-Kontrakt zu bekommen. Aber wenn das Telefon nicht ringt, sollte nicht überkommen. Keep working hard. Keep improving. Okay, also wir waren schlecht, gebe ich dir ehrlich zu, ja, gebe ich dir wirklich zu, aber ihr müsst ja mal auch sagen, es kam ja nicht ein einziger Bein nach vorne. Okay, also er mag uns jetzt anscheinend, anscheinend haben wir einen neuen Kumpel gefunden, weil wir gar nicht so langweilig sind, wie er gedacht hat. Vielleicht die Pressure, die Exit-Trial, hat sich anzupassen. Sie haben heute gut gespielt, oder? Na ja, das kann man auf zwei Arten sehen. Hör, Kathrin, über Harold, vielleicht hätte ich nicht, wenn ich nach den Spiel gehen würde, ja, in ein paar Saison war es etwa zehn Monate, ein Jahr. Aber du hast immer wieder zurück, Jim. Du hast nie ausgeholt von deiner Familie. Nein, ich habe meine Tränen. Aber Harold hat ihn verletzt, hat ihn verletzt. Hat ihn verletzt, dass du von deinen folgen gehst, ich meine, du hast alles verletzt. Und ich werde das wieder tun. Du wißt, er nur will dich sein. Und du? Hi. Hi. Wie denkt ihr, Grandad? Ah, eine großartige Leistung heute, das ist Top Joy, du hast mir gefallen. Ich bin so stolz von dir. Du solltest du sein, Mrs. Hunter. Especially wenn es in der Familie geht. Burley, kein Verlangenes vorwärts, brav als eine Länge, excellentes First Touch, wie ein bisschen wie ein Didier Drogba. 22 Goals, 68-69. Du bist, Jim Hunter, nicht? Ich weiß, du. Ich habe mich für Fußball gesammelt. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. Wir sind absolut die Leute, für die Nurturing Young Potenzial. Und du, Leute, du hast es rausgebracht. Du brauchst eine Repräsentation, du sagst mir. Nacht oder Tag, Weihnachten, es geht nicht. Cheers. Ich gebe es in meinem. Du gehst sicher, jetzt. Ich habe das gehört. Es war ein Rumpf, als dein Vater noch spielen war. Wir sollten ihn nennen. Guten Tag. Okay, also wir könnten jetzt hier oben auf weitermachen. Und hier unten, ne? Weiter. Sichtungslehrgang 8. Exzellent. Ja, passt soweit alles. Ne? Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weitermachen sollen, weil ich müsste auch mal irgendwann speichern. Morgens Viertel vor sechs. Ne? Ich weiß, es sind jetzt erst zehn Minuten, aber das ist doch okay, würde ich sagen. Wir drücken jetzt hier auf Enter. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es wieder ist. Let's play FIFA 17. The Journey. Gebt ihr mir auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, Video Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr FIFA 17 sehen wollt, einfach kostenlos Kanal abonnieren. Ich bin der Thorsten von Thor Summer Gaming und ich sage, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann. Ja. Daumen nach oben. Ja. Ja. Ja, das sieht aus. Ja, das sieht aus. Ja. 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 Yes.